Hallo Mamis! Eine Sache habe ich noch für euch, die ewigkeitsbeständig ist und zwar Musik! Ja, Musik lieben alle Kinder und wir lieben sie auch und deswegen ist sie hier in der Reihe mit dabei, die Musik. Das ist sowas Schönes und wir sehen das in jeder Kultur, in jeder Zeit hat Musik die Menschen begleitet und ich glaube, das ist was richtig Gutes und das ist ein Geschenk, das wir von Gott bekommen haben, die Musik. Und es ist gut, Gott zu loben, das ist wunderbar, aber auch die klassischen Kinderlieder, das ist richtig toll. Singt mit euren Kindern, singt viel mit euren Kindern, singt im Alltag, wenn unter der Dusche oder beim Staubsaugen oder sonst irgendwas. Und das ist was richtig Schönes. Die Kinder werden das mitnehmen und ja, also ich persönlich mag es nicht so sehr, wenn Musik immer im Hintergrund läuft. Andere lieben das, das ist auch cool. Mich stört es eher, aber ja, und es ist den Kindern auch völlig egal, ob ihr schief singt oder nicht. Oder ob ihr gerade singt oder ob es schön klingt, das ist denen eigentlich wurscht. Aber die Freude an der Musik, das ist schon was richtig Schönes und dazu muss man selber nicht unbedingt musikalisch sein. Ja, das wollte ich euch noch mitgeben und das bringt auch viel Freude und somit auch Ruhe ins Herz, damit es zu Jeremia 6 für 16 passt. Bis zum nächsten Mal!